Hallo und herzlich willkommen bei Heim und Haus. Solltet ihr ihr Fenster nicht richtig schließen oder der Griff nicht richtig nach unten gehen, zeige ich Ihnen heute, wie Sie das am besten einstellen können. Als erstes öffnen Sie das Fenster, gucken sich einmal den Rahmen an, ob dort sich irgendwelche Fremdkörper befinden oder Sie gucken sich natürlich auch die Bergenkralle einmal an. Es kann passieren, dass vom Saubermachen des Rahms die Bergenkralle nach links oder nach rechts gerutscht. In unserem Fall ist die Bergenkralle nach rechts gerutscht und wir drücken sie nach links, als wir in der Mitte sind und schließen dann wieder das Fenster. Und wie wir sehen können, schließt das Fenster wieder einwandfrei. Ich hoffe, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte und sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten haben, können Sie es natürlich gerne erreichen und wir kommen raus und helfen Ihnen. Bis dann!